Arten von Beleuchtungsmitteln im Film. Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen vier verschiedenen Leuchtentypen in der Filmbranche. Hierbei wollen wir auf die Beleuchtungsmittel selbst eingehen und nicht auf Dinge wie Practicals, also Lampen in der Filmwelt. Zu diesen vier Beleuchtungsmitteln zählen die Quarz-Hallogenbrenner, die Metalldampfleuchten, Leuchtstoffröhren und LEDs. Zur Vereinfachung werden wir die Leuchtmittel in verschiedenen Kategorien bewerten und Vor- und Nachteile besprechen. Diese Kategorien werden sein, Farbtemperatur, also welche Kelvin-Werte eine Leuchte hat, Farbechtheit, wie gut das Leuchtungsmittel die Farben von dem, was beleuchtet wird, wiedergeben kann, Lichtausbeute, also wie viel der eingespeisten Energie auch wirklich in Licht umgewandelt wird und zuletzt die Benutzerfreundlichkeit bzw. die Handhabung. Kommen wir zur ersten Farbtemperatur. Kurz zur Info, als Tageslicht empfinden wir eine Farbtemperatur von 5600 Kelvin. Eine Lampe, welche Sonnenlicht imitiert, sollte also möglichst eine Lampe mit einem Kelvin-Wert von 5600 Kelvin sein oder aber man hält Sonnenlicht gänzlich aus seiner Szene heraus und ändert den Weißabgleich der Kamera. Ein Quarz-Hallogenbrenner hat eine Farbtemperatur von 3200 Kelvin, also wärmer als Tageslicht. Eine Metalldampflampe ist eine Tageslichtlampe und hat einen Kelvin-Wert von 5600. Leuchtstoffröhren gibt es in verschiedenen Farbtemperaturen, genauso wie LEDs, wobei manche von diesen sogar in der Lage sind, ihren Kelvin-Wert frei einzustellen. Was die Farbechtheit angeht, sprechen wir jetzt nicht mehr von Kelvin, sondern vom Color Rendering Index, also vom sogenannten CRI-Wert. Bei 100% werden die Farben so wiedergegeben, wie sie wirklich sind. Ein Quarz-Hallogenbrenner hat einen CRI-Wert von 100 und liefert uns somit perfekte Farben. Eine Metalldampflampe ist mit rund 97 auch nicht schlecht aufgestellt, obwohl sie während der Zeit etwas an Farbtreue verliert. Leuchtstoffröhren und LEDs sind, was das angeht, ein bisschen die Problemkinder. Ein vertrauenswürdiger Anbieter einer Leuchtstoffröhre oder einer LED gibt normalerweise den CRI-Wert an. Dieser sollte mindestens bei 90, wenn nicht eher bei 95 liegen. Warum benutzt man dann immer mehr LEDs? Das hat ganz einfach mit der Lichtausbeute zu tun. Wenn wir von einer Lampe ausgehen, welche 1000 Watt verbraucht, dann wandelt eine LED bis zu 95% dieser Energie in Licht um. Also 950 Watt werden zu Licht. Eine Leuchtstoffröhre sowie eine Metalldampfleuchte wandeln etwa nur 45 bis 50% ihrer Energie in Licht um und ein Quarz-Hallogenbrenner sogar nur etwa 5%. Von unseren 1000 Watt bleiben also nur noch etwa 50 Watt übrig, die wirklich zu Licht umgewandelt werden. Der Rest wird von dem Brenner in Wärme umgewandelt und kann so zur Gefahr werden. Es kann also eine günstige 60 Watt LED locker mit einem Brenner mithalten, welcher mehr als das Doppelte an Energie benötigt. Und doch werden an großen Filmsets immer noch hauptsächlich Brenner verwendet. Das liegt daran, dass es schlicht noch keine LEDs gibt, welche mit der Leistung der großen Brenner mithalten können. Aktuell ist die stärkste Film-LED auf dem Markt etwa 1200 Watt stark. Es gibt aber beispielsweise 18 Kilowatt Metalldampfleuchten, mit denen LEDs einfach noch nicht mithalten können. Aber allzu lange kann das auch nicht mehr dauern.